so weiter geht es und letzten Mal sind wir noch nicht reingemt und ich glaube wir wollten noch Boren zu fahren der Tiger normal da irgendwo rum und jetzt schauen wir mal ab weil ich meine dass der da irgendwo abgeplumpst ist eigentlich ja da ist er nicht gehen wir mal rauf ja den Zauberspruch haben wir noch mit dem wir uns in die Fleischschwanze verwandeln können aber im Moment habe ich doch komplett anders mit und wieder zurück verwandeln können ok meine Gaffee auf in den Kampf dieses verfluchte Tor man erzählt sich dass bisher kein Mensch in der Kolonie es öffnen konnte die kleinen Biester da drüben scheinen die einzigen zu sein die es geschafft haben in den Innenhof zu gelangen wie geht es nun weiter du musst einen Weg finden auf die andere Seite des Tors zu gelangen auf in den Kampf wir probieren es nicht noch mal so so jetzt haben wir wieder so ein Ponsen und wir kommen ja rum aber nicht jetzt nicht jetzt wie verwandeln wir uns zurück jetzt bringen wir den Tag unbedingt anwählen jetzt nicht nur sonst können wir doch auch nichts mehr machen aber nicht 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 So, wir machen das. Der ist so gut! Der ist so gut. Der ist so gut. Ich hab meinen Mund anzeigen. Der ist so gut. Der ist so gut. Der hat mich in der Hölle. Der hat mich nur diesen Punkt. Der hat mich nur noch einen, den kommt. Jetzt speichern wir das noch mal. So, jetzt haben wir kurz beschissen und haben uns einen kleinen Tipp besucht. Jetzt wissen wir wie wir uns zurück verwandeln. So, jetzt gehen wir weg. So, wir drücken Enter und wir sind wieder mit einer namenlosen Hilfe. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Du hast es tatsächlich geschafft das Tor zu öffnen. Das mit dem Zauber war wirklich clever. Los, weiter geht's. So, da haben wir ein paar Snapper. Wenn wir jetzt das Fell polieren. Mit dem Garn zusammen. Oh. Oh. Oh! 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 So, schnell mal heilen. Von einem Grat haben wir ja genug. So, dann schauen wir mal. Wo geht's denn doofen? Sieht aus wie ein Podest für irgendetwas. Vielleicht lag hier mal das Artefakt, das du suchst. Und wo ist das Artefakt jetzt? Da haben wir bloß eine Steinfigur. So, der Fokustein ist auf jeden Fall nicht da drin. Da haben wir einen neuen Turm. Da haben wir nix. Was haben wir da unten? Ein Boot oder irgendwas. Schaut fast so aus. Dann schauen wir mal in die Ruine rein. So, was gibt's da noch? Eine Höhle. Da hinten scheint's rauf zu gehen. Gehen wir in die Höhle. Da haben wir wieder... Boah, Snipper zum... Mitzeln. Das ist alles. Ich bin ein Problem. Das ist alles. Ja, das ist alles. Das ist alles. Ja, das ist alles. So, das Kraut wegfuttern Da mein Trank Und Pilz Und Nachtschatten Oh Das glaube ich, schaut nicht so gut aus Da haben wir an Schattenläufer oder wie die heißen Den schaffen wir doch gar nicht, oder? Tja, die schaffen wir nicht Aber da gehren Und mit Erfahrungspunkten, wenn man kriegt, dann passt das So, da haben wir ein Tier Und quisten Verwandlung, Mollerat Pfeile und Erz Du hast dein magisches Artefakt also gefunden Ja, ich muss den Fokus zu den Wassermagiern bringen Sie brauchen ihn Ich werde dich noch etwas begleiten Und wir haben unseren Fokusstein gefunden Ja, war ja ziemlich simpel, also Schwer war es jetzt nicht Jetzt dürfte das der vierte Fokusstein sein Fällt uns eigentlich nur noch einer Können wir doch Affe? So, als wir kommen Wahrscheinlich wird es nichts geben, der da rum hat. Ich muss jetzt irgendwie ein Ei hauen. Eigentlich nicht. So, jetzt schauen wir mal auf unser Cotton. Auf die Fokuskarte. Ja, wir glaub, wir waren ganz unten. Ich muss jetzt noch nicht. 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 Ich muss jetzt noch nicht.